Am 19.06.1942 Unteroffizier Günther Frenzel Ja, ich erinnere mich an den Tag und wir haben aus dem Becher der General, der mir gegeben hat, getrunken. Es war für mich viel mehr als das, obwohl das höher ist. Das habe ich bekommen für Kampf hier, nicht? Luftkampf. Und das habe ich bekommen für besondere Leistungen beim Fliegen im Krieg. Und das habe ich bekommen.